Ja, hallo. Wir sind heute hier in Darmstadt bei Herrn Nassarok und holen unser neues Fahrzeug. Ich war sehr begeistert, wie gut die Kommunikation zwischen uns gelaufen ist. Ich habe das Fahrzeug vorher nie gesehen und bin bisher ganz dankbar, dass alles super gelaufen ist. Wir hatten ganz viel E-Mail-Kontakt, mir wurden alle Fragen beantwortet, die ich wissen musste. Und wir freuen uns jetzt auf eine schöne Zeit mit unserem Fahrzeug. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020